Ich bin Katja Schuhr und möchte Unnas erste Bürgermeisterin werden. Warum ich die Richtige für dieses Amt bin? Ich kann und will Unna gemeinsam mit Ihnen gestalten. Ich bin unter anderem Betriebswirtin und seit 27 Jahren arbeite ich beim Kreis Unna, davon rund acht Jahre in Leitungsfunktion. Ich kann zuhören, anpacken und motivieren. Ich mag Menschen und arbeite gerne mit anderen zusammen im Team. Wenn ich die Wahl gewinne, werde ich als erstes mit meiner Familie, mit meinen Freunden und mit meinem Team feiern. Kommunikation ist mir sehr wichtig. Wenn ich die Wahl gewonnen habe, möchte ich schnellstmöglich meine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus kennenlernen und mit den im Rat vertretenen Fraktionen Gespräche führen. Ich habe bei der Wahl am 13. September die meisten Stimmen erhalten. Für dieses Vertrauen bedanke ich mich ganz herzlich. Nun bitte ich Sie um Ihre Unterstützung für die Stichwahl am 27. September. Bitte gehen Sie wählen und lassen Sie uns Unna gemeinsam voranbringen.